So, da bin ich wieder heute mit einem kurzen Erklärvideo zum Scalable Capital Gewinnspiel, weil da haben mich einige Fragen erreicht und ich habe das nicht so gut erklärt. Deswegen werde ich heute nochmal den Guide da durchführen, wie man das genau macht, weil da gibt es drei verschiedene Broker und ja, man muss den Free auswählen, aber ich zeige das jetzt dann eh alles gleich in dem Video her und wie man dann teilnehmen kann, um diese 1000 Euro zu gewinnen. Wie schon im letzten Video gesagt, das ist ein Preispool von 100.000 Euro und es werden 100 mal 1000 Euro verlost bis zum 30., ja, also ihr habt noch bis zum 30. Zeit da mitzumachen. Gut, bevor ich jetzt wieder zu viel labere, starten wir ins Video. Also wir sind hier auf dem Video vom letzten Mal, da unten findet ihr dann den Link. Aufpassen, es gibt zwei Scalable Capital Links, ich habe einen weiter unten auch noch gehabt, falls ihr den angeklickt habt, seid ihr auf einer anderen Homepage gelandet. Ich tue den Link auch nochmal markieren mit einem Rufzeichen in diesem Video, dann drückt ihr sicher auf den richtigen, ja. Und ihr klickt halt hier dann drauf und dann landet ihr hier auf der Page und hier wird eh schon das Gewinnspiel angepriesen, ja. Nur für kurze Zeit, jetzt bis zum 30. November Brokerkunde werden und 1000 Euro gewinnen, ja. Und hier habt ihr dann die drei, also den Free Broker, der, der ist kostenlos und dann zwei, die was kosten. Und wir, weil wir jetzt am Gewinnspiel nur teilnehmen wollen, nehmen wir jetzt mal den Free Broker und oben drauf klicken und dann kommt schon die Bestätigungs-E-Mail, auf die wir klicken müssen. So, und hier müssen wir jetzt dann nochmal den Broker auswählen, ja. Also auch falls ihr auf den falschen geklickt habt, müsst ihr jetzt auf den, ähm, den richtigen drücken, ja. Also auf den Free Broker, man kann zwar den 299 für eine Zeit lang gebührenfrei testen, aber ich würde euch einfach den Free Broker empfehlen, ja. Hier müsst ihr jetzt dann all eure Daten ausfüllen, weil eine Frage gekommen ist, was ist die Steuer-ID, bei FinanzOnline könnt ihr euch einloggen, einfach euren Steuerreport vom letzten Jahr nachschauen und ganz rechts oben steht dann eure Steuer-ID und die müsst ihr dann hier eintragen, wenn ihr aus Österreich seid, ich weiß nicht in Deutschland, wo das auf dem Zettel ist, aber in Österreich ist es ganz rechts oben. Dann gebt ihr das alles ein, drückt auf Weiter und dann müsst ihr eure Finanzdaten eingeben, drückt auf Weiter und dann seid ihr schon im Broker drinnen. Hier müsst ihr nur noch die Identifizierung abschließen, ja. Ihr müsst nicht den Adressnachweis hochladen, ihr müsst nicht das Konto bei der Bahnabend und auch nicht das erste Deposit machen, sondern ihr müsst einfach nur hier die Identifizierung abschließen. Dann müsst ihr die Variante wählen und wir wollen jetzt, dass wir Video-Chat machen. Dann müssen wir uns die Post-Ident-App runterladen, wenn ihr es über die Video-Verifizierung machen wollt, ja. Falls ich die noch nicht habe und den QR-Code einscannen, ja. Ja und wenn ihr den QR-Code eingescannt habt, dann werdet ihr weitergeführt zu dem Mitarbeiter und dann braucht ihr einen Reisepass, einen Führerschein oder diese Bürger-Card geht auch. Für Deutsche, die können sogar nur mit der Karte und dem PIN-Code, glaube ich, sich verifizieren. Nein, die Österreicher müssen leider diesen kurzen Video-Chat machen. Da muss man dann kurz mit dem Führerschein und dem Reisepass wackeln, ein paar Fragen zu seiner Person beantworten, ob man eh der ist, hier mal ausgibt zu sein und dann ist man da schon fertig. Und dann seid ihr auch schon fertig. Dann ist diese Identifizierung abgeschlossen und genau so soll es aussehen. Dann seid ihr schon beim Gewinnspiel mit dabei. Mehr müsst ihr nicht machen, ja. Wenn ihr den Broker dann ausprobieren wollt und was investieren wollt in verschiedene ETFs, dann könnt ihr noch den Adressnachweis hochladen, dann wird das Konto eröffnet und dann buchen sie halt ab, was ihr halt investieren wollt, ja. Aber so könnt ihr kostenlos am Gewinnspiel teilnehmen. Ich hoffe, dieser kurze Guide hat euch geholfen. Wie gesagt, es werden 100 Mal 1.000 Euro Verlust, also ich würde da auf jeden Fall mitmachen. Und falls ihr statt dem Freebroker den anderen Broker ausgewählt habt, ist es auch kein Problem. Man kann das alles noch stornieren oder einfach umbuchen lassen über den Support, ja. Ihr bekommt dann auch eine E-Mail, da stehen auch nochmal die Anleitungen, wie man das Ganze, also nur falls ihr auf das kostenpflichtige, aber ich glaube, die meisten von euch werden auf das Free gedrückt haben, hoffe ich mal, ja. So, und für alle Leute, die schon Scalable Kunden sind, also die das schon alles gemacht haben, ja. Ihr drückt dann einfach unten auf den Link. Dann müsst ihr hier oben einmal zurückgehen, weil hier kann man sich nicht direkt einloggen. Einmal auf Scalable Capital zurückgehen, auf Login, euch einloggen. Ihr geht einfach nur hier links auf Einladen, nehmt diesen Link hier und schickt den Link einem Freund, der sich dann registriert und verifiziert bis zum 30. Und dann seid ihr auch beide beim Gewinnspiel mit dabei. Und dieser Bonus, der wird nur ausgezahlt, wenn auch investiert wird auf der Plattform, ja. Den könnt ihr da noch zusätzlich ergattern. Aber da müsst ihr euch die genauen Bedingungen durchlesen, ja. Die Teilnahmebedingungen stehen hier dann drunter, ja. Also ich glaube, ihr müsst mindestens eine bestimmte Summe einzahlen, wahrscheinlich, dass du dann diesen Bonus freigeschalten bekommst. Aber rein fürs Gewinnspiel braucht ihr nichts investieren, braucht ihr sich einfach nur registrieren und verifizieren. Und dann nehmt ihr beide am Gewinnspiel teil. Also es zahlt sich, glaube ich, auf jeden Fall aus, diese 10 Minuten zu investieren, um vielleicht 1.000 Euro zu bekommen, die man dann für was auch immer, für Weihnachtsgeschenke oder fürs erste Investment verwenden kann. Ja, das war es auch schon wieder von diesem Video. Es war nur ein kurzes Erklärvideo. Ich hoffe, ich habe somit alle Fragen klären können. Genau, bevor ich es vergesse, ich würde mich extrem freuen, falls ihr gewinnt, dass ihr mir einen Kommentar unten in dem Video lasst. Entweder in dem oder im letzten, damit ich nur weiß, wie viele Leute aus unserer Community gewonnen haben. Würde mich extrem freuen. Mit diesen Worten, wir sehen uns morgen beim Bitpanda Portfolio Update. Haltet die Ohren steif, bleibt gesund und wir sehen uns im nächsten Video.